Wie es gerade aussieht, verträgt sich The Crew nicht so ganz mit Fraps. Es gibt die gerade kurze Ruggler. Da muss ich aber dann nochmal schauen. Ich denke, das geht fürs Erste. Braucht nur so eine Eingewöhnungszeit. Und ja, bevor ich mal kurz irgendwas über mich sage. Ich habe jetzt hier in The Crew schon eine Mission angenommen. Warte mal.